willkommen zu dieser heyday folge und ich upgrade sofort mal meine scheune weil das ist mir jetzt in den letzten tagen wieder möglich geworden so ich gucke mal ob das silo auch schon kann ne dafür noch schrauben so wie immer und es war ja dieses puzzle teilevent deswegen bin ich jetzt mal gespannt wie viel puzzle ich da ergattern konnte durch das schiff event weil das ging ja auch nur 24 stunden also das war gar nicht mal so lang ja ich hatte zehn mal gucken wo jetzt hier puzzle teile aufploppen 1 2 3 4 waren das ok hier war es noch mal 26 stück ok sechs puzzle teile ohne das boot zu holen ja ich habe natürlich nebenbei noch geschlafen und so also ich habe nie alle boote gemacht aber sechs puzzle teile und ich habe ja den elefanten schon gut ich habe auch gesehen der erste spieler der hat schon alles natürlich finde ich das so was an scheiße wenn heyday so ein event macht wo man dann mit dias natürlich einen vorteil hat naja kann man sehen wie man will ich finde es halt nicht so gut ich fand auch das event jetzt 24 stunden naja es ist ok aber nicht nicht nochmal so was wäre hier mein schiff dann haben wir noch das debi leider wurden wir überholt der leon der konnte leider die letzten punkte nicht machen da der mann der entzündung hat oder die mannen raus bekommt und ja ist halt so kann man nichts machen ich glaube mit 2000 punkten wenn wir auch nicht weitergekommen die anderen waren halt echt schon hart so was soll ich mir denn hier auf jeden fall ein puzzle tom urkunde bretter und den rest mich ich puzzle urkunde mission klick ziegenkäse hier ist nichts spannendes gekommen ein fahrer brett ein puzzle zwei stück noch mal nur eine urkunde diesmal ist es eine beschleunigungskarte ja das cool und vier bretter ja abholen so 2500 punkte und wir sind ein paar pünktchen besser als letztes mal so komm schon mal schneller sehr gut zack okay also hier sieht man wir sind fünfter ja mit doch mit 2000 punkten hätten wir das gepackt naja kann nichts machen ist in ordnung finde ich so kurz angucken bohr geil zweimal tom booster und und geschwindigkeit tom booster das ist cool weil ich habe mit tom auch jetzt wieder für zehn tage geholt weil ich halt meine decken brauche und ja läuft ganz gut ich habe bretter bekommen sehr schön habe ich mehr bretter als klibeband ja cool ja das sieht auch gut aus kurz mal hier lieferwagen gucken nee weil kohle erz kann ich nämlich gut für die stadt gebrauchen ich erweitere da gerade meinen zug war und der ist bald fertig was mich natürlich sehr sehr freut weil ich habe da nie was gemacht und ja jetzt ist mir lust gekommen da auch mal was zu machen und ich wollte einmal dankeschön sagen dass wir fast die 2000 abos haben ihr könnt euch auf zwei dinge freuen es wird einmal vielleicht etwas vor den 2000 abos kommen dann etwas nach den 2000 abos ich habe da so ein paar sachen geplant ja mal gucken wie das ganze so wird das level ab werde ich wahrscheinlich ja mit sicherheit heute abend oder morgen früh erreichen meine gute 100k xps das geht ja naja wird schon hart so schiff ne 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 das ist so viel arbeit so opa und oma habe ich noch eine stunde eine stunde dann kommt dann soll die oma mir hier die gertrud mal ein bisschen mehr speck holen so und opi macht mal hiervon weniger und holt mir jetzt die nächsten stunden nur weißen zucker weil dann mache ich daraus ganz viel kaffee da kann ich ihn verkaufen und bekomme ein bisschen geld so super ja ich würde sagen dass wir öffnen gerade noch die zwei puzzle teile die letzten beiden mal gucken vielleicht giraffa und elefant zwei elefanten puzzle ja nice ja sehr cool acht puzzle teile finde ich ganz in ordnung für diese woche hat spaß gemacht und ja haut rein ihr lieben tschau bis zum nächsten mal bei bei okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020